moin leute und willkommen zu einem kurzen infovideo und da geht es heute um die neue youtube startseite und ja lasst uns mal direkt loslegen ja was fährt auf neue button neues design hier links haben wir jetzt eine spalte zu dem wir gleich kommen und ja hier sehen wir die abos was die abonnenten also was die leute hochgeladen haben was ihr gerade abonniert habt die abonniert habt hier sind die videos die euch empfohlen werden und wie immer eines der bekanntesten videos ja ihr könnt hier den haken rausnehmen dann seht ihr auch wenn eure wenn die was halt liken was bewerten etc pp ich hab zwar den haken dabei upload weil sonst wird dann zu ein großes deutschland ja kommen wir dann jetzt mal hier zu dieser linken spalte und da haben wir mal erst mal abos zu dem kommen gleich dann den google plus account und den facebook account ja ich habe mir gestern zum test nur ein google plus account gemacht was man damit machen kann so und ja ihr seht dann halt immer was eure freunde auf google also auf google plus was sie dann gerade hochgeladen haben wenn ihr youtube account haben ja ihr könnt mich natürlich gerne bei google plus werden denn ich kenne persönlich jetzt so in meinem freundeskreis keiner irgendwie der google plus hat der die haben alle facebook und wenn ihr google plus habt könnt ihr mir gern könnt ihr mich gerne hätten dann können wir wenn ihr eine frage habt könnt ihr mir schreiben und dann seht ihr auch immer wenn ich was hochgeladen habe und dann verpasst ihr weniger ja hier haben wir dann jetzt alle unsere abonnenten das heißt wir müssen nicht mehr hier auf abos klicken nein wir können das hier machen wir können alle anzeigen lassen und da gibt es eine richtig geile funktion und da könnt ihr hier 1 2 3 4 ich glaube neun channel auswählen und ja das sind dann die neuen stellen die ganz oben in dieser liste angezeigt werden ich demonstriere euch dann eben hohe mal den hakel hierbei ich schloss weg und machen bei zum beispiel dem doktor kaboom ja dann ist jetzt doktor kaboom hier oben in der liste ich mache das jetzt nur eben wieder weg weil kaboom lädt ja eh fast nichts hoch also so ein bisschen sinnlos der da oben hin zu machen machen mal hier mal wieder den ich schloss rein so dann gehen wir jetzt hier wieder zurück wenn wir dann sehen wir schon hier werden die channel jetzt nach nach im alphabet aufgelistet zuerst die neuen stück die wir gewählt haben und dann noch mal wieder im alphabet weiter das ist wirklich ein sehr gutes feature und ja ich habe da drin den fanden den alberto den daniel den krepp channel den friseur den max mr peckton der macht richtig geile let's plays den dualshock der richtig geile kommentaris macht den wiper und den ich schloss ja dann gehen wir ein bisschen runter da haben wir dann die videos die gerade im trend sind von keine ahnung wie man hier reinkommt das wird irgendwie google kanal und die lädt hat jetzt auch hier musik trends beliebte videos et cetera pp und hier unten haben wir dann empfohlenen channel ja das war jetzt auch soweit alles zur startseite da gibt es aber einen kleinen trick wenn ihr youtube.com slash home eingibt kommt er zur alten startseite ja da müsst ihr natürlich selber entscheiden was ihr wollt wenn ihr ein bisschen zu faul sei für home immer einzugeben da gibt es sicher script also da kann man schnell ein script machen hat es echt sehr leicht und ja ich bleib persönlich jetzt bei dieser startseite dann gefällt mir sehr gut so dann gehen wir jetzt unter wieder also in den video manager ak meine videos ja da ist eigentlich alles wie gehabt neue buttons hier da sie also hier oben sieht richtig schön aus also haben so gut gemacht und ja dennoch gibt es jetzt nicht große neuerungen so gehen wir dann jetzt mal in den post einfach posteingang denn da hat sich einiges geändert erstmal hat sich hier natürlich alles ja sehr verschönert ich finde es persönlich viel übersichtlicher und wir haben jetzt ein adressbuch in dem adressbuch kann man alle kontakte freunde blockierte nutzer abonnenten abos anschreiben und sehen also man kann die quasi mit einem klick anschreiben finde ich richtig gut ja das war jetzt auch schon zum posteingang gehen wir jetzt mal zum größten neuen feature das wäre der kanal ja ich bin ein bisschen enttäuscht also es haben also mir persönlich kommt es so vor als hätten das sehr wenige leute das neue kanal design mal halten also irgendwie hat jeder noch das alte kanal design was ich bisschen schade finde ich finde das neue wirklich sehr gut also man sieht hier als wie gehabt die über mich spalte et cetera pp dann ein geiles neues feature ist dass man hier kann so folgt mir auf twitter verlinken mit eignen also es ist richtig geil dass man hier drauf drückt kommen auf twitter hier kann man dann jetzt ein kommentar posten hier unten haben jetzt nicht mehr kommentare abboxen und et cetera pp hier sind alle hochgeladenen videos das sieht richtig klasse aus das kann man aber hier ändern also wenn man doch was anderes will kann man hier anderen ändern also für mich persönlich ist blogger jetzt am besten ja rechts sehen wir dann jetzt die die da sieht man jetzt diese ja abboxen die man bei sich reingemacht hat dann hier die playlisten ich habe da jetzt nur demonstrativ eine playlist die andere muss dann noch erstellen weil ich habe ja bis jetzt immer shows dazu komm schon auch gleich noch mal macht man wir können aber trotzdem einmal auf playlist drücken hier komm komm warum wir da jetzt nicht so jetzt oder ach ich habe hier oben auf einen moment hier man kann jetzt playlisten liken disliken und man sollte auch in naher zukunft abonnieren können wie shows dann finde ich auf jeden fall gut sieht auch nett aus hier unten sieht noch nicht so schön aus dass man irgendwie das rosa vom alten kanaldesign ich finde es auch ein bisschen schade dass man hier kann nur grau einstellen aber ja gut so schlimm sieht es jetzt auch nicht aus so das war es jetzt mit der playlist wir gehen jetzt zu feed mein internet ist ein bisschen lahm so hier kann man jetzt sehen was ich als letztes gemacht habe was ich geliked habe was ich zu favoriten hinzugefügt habe das video ist richtig geil das solltet ihr unbedingt mal anschauen da ist der link in der beschreibung also ich habe mich dazu kaputt gelacht was ich geliked habe wie gesagt was hochgeladen habe also wenn ihr irgendwann mal glaubt ihr etwas von mir verpasst dann schaut doch mal hier vorbei dann findet es hier sicher ja dann anzeigen könnt ihr dann hier nur kommentare machen und dann werden nur kommentare angezeigt da sind jetzt auch die kanal kommentare versteckt ein kanal kommentar kann man dann wie gehabt hier schreiben so dann gehen wir jetzt unter videos da hat man noch mal alle videos hier hochgeladen wurden in letzter zeit aufgelistet zusammen mit den playlisten also ich finde das neue youtube design sehr geil einfach aus dem grund dass es mehr auf die videos aufgebaut ist ich meine ein kanal ist ja auch da um videos zu zeigen nicht und ich finde es gut dass jetzt die kanal kommentare etc pp etwas in den rück also bisschen zurückgestellt wurden ja ich kann das weiß nein google analytics hätten wir noch warte da gehen wir mal unter meine videos hier das neue insight das wurde jetzt leicht bearbeitet das finde ich richtig geil also sieht klasse aus das neue also ist viel viel besser wie das alte und hier könnt ihr jetzt den datum einstellen hier könnt eure videos einzelnen suche die orte suchen deutschland zum beispiel und ja das geil ist ihr könnt das ganze runterladen und auf dem pc jederzeit aufrufen da könnt ihr schön für monat zum monat archivieren wie viele abos ihr bekommen hat wie viele views bergauf bergab gehen ob eure videos besser werden also besser ankommen schlechter ankommen also doch richtig interessant steckt auch mal wenn man jetzt so bis mit sponsoren arbeitet ist es auch vielleicht bisschen wichtig dass man sowas kann aufzeigen und das geht mit diesem downloaden auch sehr gut und ja ihr könnt jetzt hier die top länder anschauen wo ihr eure meisten aufrufe her habt das ist bei mir dass der vietnam ist vor luxemburg das wundert mich echt weil keine ahnung hat der vietnam da mal mir anschaut also das mir ein rätsel ja dann könnt ihr noch anschauen halt wie gesagt wie viel aufrufe wie also die einzelnen videos nach aufrufe sortieren nach positiven stimmen da könnt ihr dann sehen was am besten ankommt bei mir war es jetzt ein zweifel in monat vor drei was ein bisschen und auch hier können dann wieder die top länder anschauen ihr könnt auch irgendwo schauen wie alt eure abonnenten sind wo ging das jetzt dieses video weg wählen ja gute frage ich weiß es gerade gar nicht wo das war ist das hier ne hier seht ihr nur von wo sie kommen man kann auf jeden fall auch irgendwo das alter sehen und aus dem vietnam sind die irgendwie alle 65 jahre alt das hat mich ein bisschen ja weggelacht keine ahnung wie das kommt ja auf jeden fall war es jetzt so ziemlich alles was neu ist an alle kommentatoren die das video hier schauen aktiviert doch mal bitte das neue kanal design ich meine neues kann man mal ausprobieren willkommen im web 3.0 und ja ich hoffe euch hat das ganze geholfen und gefallen könnt mir ja mal so in den kommentaren schreiben wie ihr das neue design findet ob es gut oder ob ihr es gut findet oder ob es für euch der größte flop ist bis zum nächsten mal ciao leute